Was geht ab, Broxo? Alter, Kasper, wir sind ja voll stark! Wir sehen mega stark aus, und soll ich dir zeigen, wie stark ich bin? Wie denn? Pass auf, siehst du die Wand hier? Ja? Guck mal, was ich mit der Wand mache. Einmal... Oha! Okay, warte, ich kann das auch. Bam! Oh mein Gott, das ist ja viel größer als meine. Nee, ist genau gleich groß. Stimmt, stimmt. Okay, pass auf, lass mal ein bisschen in den Berg reinballern, oder? Lass mal ein bisschen in den Berg reinhauen. Oha! Guck mal, ey! Ey! Ey, wir kriegen... Loll, hier sind so Chips oder so, die auf dem Boden liegen. Ja, da sind so... Also sind so hier Ohre, weißt du, so Ohre. Wie heißt die? Genau, Orbs. Orbs, genau. Und die kannst du einsammeln, und dann kriegst du auch noch Power schneller. Und umso mehr Power du hast, umso größer ist die Explosion um dich herum, ne? Ich seh... Stimmt, du hast recht, das ist ja voll cool. Was denk ich ist... Bam! Probieren wir uns jetzt hier... Ey! Loll! Also ich werde heute... Hä? Next World? Ich geh mal rein, oder? Alter! Ich geh jetzt schon in der nächsten Welt! Und... Und... Was mach ich? Wir sind schwach geworden! Wir sind schwach geworden! Oh Mann, oh! Nein! Okay, komm! Komm, wir buddeln uns jetzt hier irgendwie durch! Oh, guck mal, jetzt kriegen wir... Ich krieg jetzt schon 10 Power-Push-Lug auf! Ich krieg auch grad 10 Power-Push-Lug auf! Ich krieg auch grad 10 Power-Push-Lug auf! Das ist viel, viel besser als den anderen! Eben noch zwei, jetzt schon 10! Viel besser! Warte mal, hier... Bam! Warten wir uns grad einen Tunnel? Man kann sich so nach oben buddeln, sehe ich gerade! Nach oben sogar? Ja, ja! Ich bin jetzt hier grad irgendwo auf dem Weg nach oben! Ne, das mag ich ja ganz und gar nicht! Also ich sag dir eine Sache, du musst nämlich, was ich dir empfehlen kann, du musst dich immer durchbuddeln und dann kommst du immer zu einer anderen Welt, glaube ich! Ja, aber ich glaube nicht! Ich glaube, die andere Welt haben wir nur, weil wir halt ein Level abgestiegen sind! Ja, ja! Okay, okay! 25 Power! Oh mein Gott! Sag mal mal so ein Orb ein! Was? Ich hab grad 100 Power dafür bekommen! Oh, ich krieg 25 Power! Wieso kriegst du 100 Power dafür? Ich hab grad so ein dickes grünes Orb-Ding eingesammelt! Noch einer! Wieder 100 Power! Oh! Regeneriert! Okay, okay! Boah! Noch... Ey! Hä? Okay, okay! Was ist das denn hier? Hero? Oh mein Gott! Wie viele Orbs denn hier? Alter, ich hab grad... Für einen Robux! Wie Robux? Du kannst was für einen Robux kaufen! Wo denn? Ein Multiplayer kannst du kaufen für Robux! Ich hab jetzt Multiplayer mal 10 gekauft! Links bei diesem Cape! Siehst du das? Bei dem Cape kannst du... Mal 10! Und jetzt hab ich mal 10! Jetzt krieg ich 50 Power pro Schlag! Hä, aber... Upgraden Multiplayer! Ich kann nur mal 2 kaufen! Ja, und jetzt musst du noch mal kaufen! Ah, ja! Da hast du direkt 1000 mal Sachen gekauft! Ich hab ein... Ich hab zweimal gekauft! Was für 1000 mal? 1300, 1400... Oh mein Gott! Ich hab 3 mal gekauft haben! Ich hab 2 mal gekauft aber nur! Ach so! Das hab ich 3 mal gekauft! Äh! Alter, ich hab schon 2500 Power! Oh mein Gott! Junge, ich bin so stark! Oh mein Gott! Ich bin so stark! Ey, man kriegt das Ding! Ich seh's auch gerade! Wow! Wir sind so stark, Gatspar! Alter! Alter! Wir bahnen hier alles frei! Aber das Ding ist, wir müssen glaube ich schon wieder zur nächsten Welt! Ja, glaub ich auch! Es wird wieder Zeit, ne? Wir können mal wieder! Ist hier irgendwo die nächste Welt oder so? Ich glaube, wir müssen uns echt einmal ganz durchgraben, damit das funktioniert! Ne, du musst auf den Dings, auf den grünen Knopf drücken! Unten links! Hier! Ich hab sie auch gerade gefunden, die nächste Welt! So, ich bin da! Bist du auch da? Ich bin auch da! Wo bist denn du? Ich steh hier gerade! Zeig mal, wie groß deine Power jetzt schon! Da! Komm mal her, komm mal her! Oh, ich bin level up! Komm mal raus! Wo bist du denn? Zeig mal, wie stark du bist! Schlag einmal in die Wand rein hier vorne! Okay, pass auf! Boom! Wow! Die Ops verliegt hier! Hey! Nix da! Okay, pass auf! Ich mach mal und... Boom! Was? Du bist stärker als ich! Guck dir das mal an, Alter! Das kann nicht sein! Da muss ich mich hier mal ein bisschen... Mh! Das Ding ist, wir können auch schon wieder in die nächste Welt, glaub ich grad gehen, ne? Nochmal? Ja! Oh mein Gott! Okay, lass es machen, lass es machen! Oh mein Gott! Guck mal, wie viele Orbs von hier sind! Castro, komm mal schnell! Ich komm, ich komm! Wo bist du, wo bist du? Hier in dem Tunnel! Ah, ich muss die einsammeln, bevor wir regenerieren! Oh mein Gott, ich hab grad so viel... Alter! Ist hier im Tunnel irgendwo? Hier, hier ist dein Tunnel! Zeig mal, wie viele Orbs hier sind! Ich hab hier grad alle eingesammelt! Ich bin ja auch so schnell! Bist du auch so schnell? Ja, irgendwie schon! Ich bin mega schnell schon! Ich glaub, je stärker wir werden, desto schneller werden wir auch! Oh mein Gott, ich kann auch schon rumlaufen und mach einfach nur richtig viel kaputt hier, ne? Ja, ich auch! Wie viel Power hast du oben schon? Was steht da? 90.000! Ich hab 30.000! Hier, ich geh in die nächste Welt! Ich bin in der nächsten Welt! So, weiter geht's! Ich komm auch! 90.000 hast du schon! Boah! Warum ist dein Leben so niedrig? Ja, dein Sau! Was willst du? Dein ist genauso! Hey! Guck mal hier! Bam! Bam! Alter, du bist viel stärker als ich! Bam! Komm, lass mal zu zweit! Komm! Duale Power! Wow! Gott! Dicker Orb! Die Orb geben 4000 Power bei mir grad! Oh mein Gott! Hä? Wir können schon wieder in die nächste Welt, ne? Okay, aber wo? Wollen wir mal chillen oder wollen wir so wenig leben? Hm... Ne, das Leben sagt gar nichts aus! Ist alles gut! Bist du dir sicher? Jaja, schon wieder rank up! 130.000 Power hab ich schon! Ja, dann lass mal die nächste Welt! Warte mal, mein Leben ist weniger geworden! Natürlich! Ich hab doch gesagt, wir müssen ein bisschen darauf achten! Was ist denn hier los? Was ist denn, wenn du drauf gehst? Geht das überhaupt? Ich weiß gar nicht! Ich bin ja bei der nächsten Welt! Bam! Wie viel Power hast du schon? Oha, die nächste Welt ist ja... Krass! Wie viel Power hast du? 300.000! Wie viel? Ja komm mal an die nächste Welt! Ja, ich komm jetzt! Ich komm jetzt! Hier kriegt man viel heftig mehr Power! Das ist echt krass groß, ne? Oh! Du kriegst wieder neues Leben! Ich krieg neues Leben! Was ist das denn hier? Das ist voll das harte Material! Ja, ich weiß! Alter! Aber wenn du erstmal hier ein Orb freischaltest, ist das halt heftig, ne? Oh mein Gott! 84.000 gab mir der Orb grad! Und hier? 336.000! Oh mein Gott! Ich hab 1,5 Millionen Power! 1,5 Millionen? Ja! Wie viel hast du? 1,2! Ich bin doch schon in der nächsten Welt! 1,8 Millionen Power habe ich! Ich hab ein Cape! Was? Ich hab ein Cape! Guck mal! Wo bist du? Ja, ich hab nicht genug Power, um in die nächste Welt zu kommen! Ich bin's auch ein Cape! 3 Millionen Power, Grabkatastor! Was? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Weiter geht's! Weiter geht's! Ich kann mich nicht durchboxen irgendwie! Hier! Komm mit zu mir in meinen Tunnel rein! Ich kann ein paar Orts machen! Ich hab's hier einsammeln bei mir! Alter! Hier! Alter, ich hab 10 Millionen Power! Sag mal was! Du hast dir doch immer was gekauft! Nein! Hab ich nicht! 11 Millionen! Oh mein Gott! 13 Millionen! Alter! Ich sag dir, das geht hier wie am laufenden Band! Bam! Bam! Okay! Oh Gott! Ich kann doch nicht! Oh nein! Ich kann doch gar nicht! Oh, hier sind echt... Oh, ein dicker Orb! Wie viel gab er? 75 Millionen! Was? Oh mein Gott! 75 Millionen? Ich hab ein Blowscape! Hast du auch ein Blowscape schon? Warte! Ja, ja! Lass uns die nächste Welt gehen! Kann ich noch nicht, glaube ich, oder? Ich probier mal! Ich schon! Schneewelt! So! Und? Ja, ich kann auch schon! Okay, let's go! Ich mach auch schon ein richtig dickes Loch rein! Alter, jetzt mach ich hier mal kurz den Schneeball! Oh mein Gott! Ich mach ein Miniaturloch! Wie ein Babyloch! Ich mach ein Babyloch! Wie ein Babyloch! Ich muss hier 10 mal schlagen, damit da ein Millimeter Schaden ist! Boah, ich krieg hier grad so viel, ne? Ja, weil du diesen einen Orb gefunden hast, aber glaub mir! Ich werd jetzt hier gleich einen Orb finden! Und der wird alles Mögliche zerstören! Jaaa! Du musst nach dem dicken Orbs graben! Ja, ich such den! Ich such den! Aber ich find die grad auch nicht bei mir! Boah, das haut so rein, ne? Wo soll das sein? Hier ist schon wieder die nächste Welt! Ähm! Ich bin der nächsten Welt! Oh mein Gott! Schon wieder? Ich hab grad mal 100 Millionen! Wie viel das tut denn? Da war jetzt gar kein Schaden an der Wand! Hier, Orb! Ah! Wie viel Power hast du? 1,7 Milliarden! Was? Ich hab grad mal 100 Millionen! Aha! Wie hast du denn 1,7 Milliarden bekommen so schnell? Wie? Nur wegen dem einen Orb! Ich sag's dir! Ja, ja! Ich sag's dir auch! Boah, jetzt hau ich... Oh mein Gott! Mega Orb! 30 Millionen gab's den mir grad! Komm mal richtig hier! Oh! Du musst in die nächsten Wälder rein! So schnell es geht! Ja, ich kann noch nicht! Ich kann noch nicht! Ach so! Jetzt kann ich! Alter, ich bin in so einer Stadt! Ich hab ein rotes Cape schon! Alter! Digga, du musst dir jetzt angucken wie es auch bei mir aussieht! Ich hab ein goldenes Cape! Ich muss hier 3000 mal raufschlagen damit da ein Millimeter Schaden passiert! Du hast doch irgendwas gekauft, oder? Vielleicht Multiplizierer bisschen mehr! Hast du echt? Hiiii! Warte mal! Kann ich hier was auf dich jagen? Oh mein Gott! Ganz dicker Orb! Alter, der ist so dick! Ich hab noch nicht... Warte mal! Der Orb ist so dick! Ich hab mir jetzt ein... 100 Billiarden! Nein, komm! Das ist mir zu teuer hier! Komm! 100 Billiarden?! Ja, der Orb war richtig... Ich hab mal eine Milliarde! Okay! Als nächstes brauch ich jetzt richtig viel! Bam! Bam! Ich brauch den großen Orb! Ich brauch den großen Orb! Oh, das Ding ist jetzt grad 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 gar keinen Schaden mehr, ne? Echt? In der nächsten Welt, oder was? Nee! Aber man ist jedes Mal quasi wieder bei null! Was ist wieder bei null? Also, ich mein... Gefühlt! Äh! Äh! So, Alter! Ich hab jetzt gleich 2 Milliarden endlich mal! So! Was steht bei dir oben drüber über deinen Namen? Was bist du grad für ne Klasse? Äh... Trainee-Class-Hero! 300 Billionen Orb gab's das? Trainee-Class-Hero! Jetzt mach ich langsam Schaden! Jetzt komm ich langsam gleich zu den Orbs! Hm! Ich grab jetzt hier die Orbs ab, Alter! Hier wird jetzt nochmal ein bisschen... Ah! Bam! 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 Oh, das ist den Orb! 60 Milliarden für einen Orb, Alter! 60 Milliarden?! Ja! Man kriegt da in den neuen Weltkampf immer so viel! Alter! Junge, Junge, Junge! Also das ist natürlich schon ordentlich, muss ich sagen! Oh! Was bringt mir der hier? Ich prüge mich auch grad so durch, das ist so unnormal! Oh! Hier bringt's auch nochmal gut! Orbs hier gerade! 16! Glaubst du, wir können mit den Orbs auch irgendwas kaufen oder so? Hm! Oh! Gute Frage eigentlich! Ich könnte mir halt vorstellen, dass wir irgendwas kaufen können mit den Orbs! Hm! Warte mal! Wir haben noch so mystische... Wir müssen erstes Prestige erreichen! Oh mein Gott! Ich sammle jetzt nochmal die ganzen Orbs ein! Wie kriegt man denn erstes Prestige? Erstes Prestige? Das ähm... Das weiß ich nicht genau! Gibt's das überhaupt? Ich glaub das gibt's gar nicht! Doch! Gibt es! Für die mystischen Austiere! Bam! Bam! Okay! Vielleicht musst ihr das auch kaufen! Für Robux oder so! Das kann halt auch sein! Ja stimmt! Könnte auch sein! Ein roter Orbs! 1,6 Milliarden! Hat der mir grad gegeben! Oh mein Gott! Was? Also wir machen meine Schläge! Alter ich hab grad mal 10 Milliarden! Also ich bin noch hier noch... Ich bin noch ein kleiner... Ich bin noch ein kleiner Schüler! Ein kleiner Samurai-Schüler! Boah! Dicker Orbs! Alter! Der hat mir 1,2 Trillionen gegeben! Also wirklich! Das ist ja unglaublich! Was hast du dir für ein Multiplayer gekauft? Boah! Ich bin Prestige! Was? Ich bin Prestige! Einfach so jetzt oder was? Ja! Ich bin dann aufgestiegen! Ich hab mich mal wieder durch! Sehr gut! Also ich bin jetzt wieder... Ich bin jetzt wieder in Welt 1! Oh! Dann bist du also anscheinend resettet oder? Ja und ich kann mir jetzt... Ah! Und ich kann mir jetzt quasi äh... Tiere holen! Mystische Tiere! Mystische Tiere! Okay! Aber ich hab nicht genug Orbs und mein mystisches... Äh... Wow! Oh mein Gott! So schnell Power hier ne? Ey du solltest... Oh mein Gott! Sehen alter! Bring die Tiere was oder was? Ich mach richtig Power hier! Na! Was? Bam! Bam! Ich bin jetzt gleich grad mal bei 100 Milliarden ne? Oh mein Gott! Ich kann hier voll in die nächsten Wälder reingehen! Oh! Ich seh dich gleich wieder! In welcher Welt bist du? Äh in der mit diesen Hochhäusern! Mit den Steinen! Oh mein Gott! Ich komm ja gleich zu dir! Warte ich bin gleich wieder beide da! Alter! Was hat der gegeben? Holy moly! Alter! Du solltest mich grad sehen! Wie viele Orbs hast du grade? Hä? Hab ich in anderen Wäldern drinnen grade? Andere als ich oder was? Könntest du da? Ich bin grad Welt 9! Du siehst ja links was da welche Welt... Boah! Dicke Orb! Okay! Ja warte ich komm! Welt 9! Bam! Ich bin gleich auch Welt 9! Wo bist du? Ich bin... Ich hab mich reingegraben! Du musst mal rumlaufen! Dann siehst du irgendwo so ein Loch! Ich hab mich reingegraben! Ich kann mich auch noch mal rausgraben! Warte mal! Ich komm mal! Kein Problem! Ich komm raus! Ich seh da kein Loch! Ich komm! Ich komm! Bleib mal nur bei... Oh mein Gott! Das ist ne dicke Orb einfach an der Wand! Wo bist du denn? So! Ich komm jetzt gleich raus! Jetzt bin ich raus! Wo bist du? Ich steh hier mitten in der Mitte! Da! Siehst du mich? Ja! Wie sieht du denn aus? Guck mal! Guck mal! Guck mal! Guck mal! Bist du gespannt jetzt? Ja! Zeig mal! Was? Was? Wie viel... Ey mach mir mal die Negräder! Kann ich die ganzen Orbs einsammeln! Kann ich auch voll schnell leveln! Alter! Guck dir das mal an! Das ist so für ne krasse Power hier! Ich bin... Oh mein Gott! Ich bin ja prestiged! Oh mein Gott! Wie viele Orbs liegen hier! Ey ich kann das... Das Ding ist... Ich kann das grad so heftig kaputt machen! Bam! Okay! Was ist das bitteschön! Ich kann die ganzen Orbs einsammeln die du mir hier liegen lässt ne? Voll gut! Ich kann jetzt auch... Aber ich brauch 49 Millionen Orbs! Ich kann schon in die nächste Welt gehen! So ich bin mal weiter gegangen! Ja okay ich komm dann auch! Nächste Welt! Bam! Bam! Okay! Aber wann bin ich denn endlich mal Prestige? Irgendwann muss ich ja auch mal Prestige sein oder? Irgendwann musst du auch Prestige sein! Kann man das von alleine? Ich glaub wenn du die Welt hier fertig hast oder so! Kann man das von alleine? Ja okay okay dann wird das wahrscheinlich! Aber bis ich hier durch bin alter da brauch ich noch ein bisschen! Oh jetzt krieg ich hier auch nicht Orbs! Oh ich krieg hier auch nicht Orbs! Bist du! Ich brauch mal deine Power hier! Jaaa! Pass auf ich kann jetzt mir ein Tier holen Kaspar! Ein Tier? Mach mal! Ich fütter das jetzt! Nein! Stage up! Okay! Oh mein Gott! Ich seh genau wo du lang gelaufen bist! Hä? Wo bist du jetzt lang gelaufen? Äh! Wie meinst du das? Wo bist du? Bist du schon in der Eiswelt? Ja ja! Ich bin in der Eiswelt! Dann mach mir mal ein bisschen was frei! Dann kann ich mal schnell das einsammeln! Dann werde ich auch Prestige 1! Hier! Da gibts euch doch grad rein hier! Ja! Danke für die Ohren ab! Bam! Sehr gut! Ich hab immer ein bisschen was frei! Richtig! Alter! Oh mein Gott du machst ja richtig schnell Schaden! Ich weiß! Ich mach übertrieben Schaden! Das ist unnormal! Ich hab jetzt gleich eine Trillion! Ist dann Prestige oder wann ist Prestige? Ich seh fast gar nichts mehr! Hier! Mach noch mehr frei! Mach noch mehr frei! Da geht noch mehr! Da geht noch mehr! Pick up! Hier! Sehr schön! Wow! Du hast mich gekillt! Was? Du hast mich gekillt! Was? Wie das denn? Du hast mich einfach gekillt! So aus dem Nichts einfach! Okay! Hä? Hau mal in meiner Nähe! Ich glaub du machst mir mit der Attacke Schaden! Seh dich gar nicht! Warte mal! Ich komm mal reingelaufen hier den Weg! Oh! Ne! War ich der Schaden eigentlich? Ne jetzt gerade nicht! Aber ich hab grad Schaden bekommen aus dem Nichts irgendwie! Obwohl du während du geschlagen hast glaube ich! Ist ja echt voll komisch! Boah! Boah! Diese dicken Orbs sind so wild! Ich sag's dir! Ich hab noch nicht genug Power! Ich brauch 2,8 Trillionen! Ich brauch noch ein bisschen Power-Obs von dir! Du musst mir noch ein paar besorgen hier! Ja! Ich bin ja die ganze Zeit hier am schlagen! In alle möglichen Richtungen! Wie bist du denn? Eigentlich muss ich das nur einsammeln! In eine andere Richtung! Hier lang oder was? Mann das ist so ein Tunnelsystem! Du musst mal kurz rauskommen aus deinem Tunnel! Boah! Ich kann jetzt wieder mein Tier ein bisschen besser... Da bist du irgendwo hier hinten! Okay! Lass mir mal ein paar Obst über! Ich muss die mal einsammeln! Oh! Ist der dick hier! Alter! Der gab grad 260 Millionen oder so! Ich weiß! Ich weiß! Ich bin nicht richtig viel! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ich muss nur einsammeln! Du machst einfach hier alles frei! Boah! Ich hab hier auch Prestige! Boah! Oh! Noch ein bisschen! Noch ein bisschen! Ja! Hier! Boah! Oh mein Gott! Sehr schön! Hier noch ein bisschen! Ja! Warte mal! Ich kann jetzt füttern! Jetzt sammle ich mal ein hier! 5. Stage! 2,75! Sehr gut! Hier! Ich brauch noch mal ein paar mehr Ops von dir hier glaube ich! Ja! Ich bin dabei! Ich hau hier die ganze Zeit raus! Ah! Stimmt! Stimmt! Ich seh es! Ich sammle alle Ops ein! Und hier nochmal den großen! Sehr schön! Sehr gut! Oh! Es fehlt nicht mehr viel! Es fehlt nicht mehr viel! Boom! 0,5 Milliarden oder so! Hier! Hm! Wie brauche ich nochmal? Ich muss mal ganz kurz gucken wie viel ich nochmal gebraucht habe! 2,8! Ok! Es fehlen noch 800 Milliarden! Dann habe ich es! Ist es viel? Ne ne! Es ist ein großer Orbs! Ein großer Orbs ist schon 500 Milliarden! Hier! Also ich brauche nochmal ein paar große Orbs! Ja die liegen hier! Ein bisschen! Ja wo bist du denn? Ich seh dich grad gar nicht! Ich bin in der Mitte wieder! Hier liegen so viele große Orbs! Äh! Ja stimmt! 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 Hier ist ein großer! Aber einen anderen sehe ich nicht! Ähm! Ähm! Hier lang! Äh! Oh! Okay! Mach mal schön kaputter! Danke! Danke! So! Nicht mehr viel! 2,3! Ja! Noch ein paar große! Ja! Hier! Sehr gut! Danke! 2,4! Ich brauche 2,8! Digga! Du hast mich schon wieder gekickt! Ja! Mann! Aber danke für die Orbs! Die hier die ganze Zeit rumliegen! Hier liegt die ganz dicke jetzt! Jetzt komm her! Endlich mal! Bam! Es reicht! Okay komm! Grab uns durch! Lass mal schnell durchgraben! Ja! Ganz einfach hier! Zack! Wie hast du es gemacht? Neue Welt! Wie hast du es gemacht, dass du dich so schnell durchgegraben hast? Hä? Neue Welt! Einer unten links! Den Knopf drücken! Lol! Was? Das wusste ich nicht! Und ich bin Prestige! Sehr gut! Wir sind die stärksten Spieler! Sehr gut! Yo! Kaspar! Was geht? Oha! Guck mal wie wir hier hüpfen können! Ich zeig dir jetzt mal wie schnell ich jetzt hier vorne! Nämlich! Rackdollen kann! Die Klickzone! Oh mein Gott! Klick! 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 Wir sind echt sehr langsam Kaspar! Ich hab 600 kmh gleich! Wie 600 kmh? 900 kmh! Und! Was? Und zaaaaak! Oh! Ich bin neuer Rekord für mich auf jeden Fall! Ich bin noch nicht wirklich weit gekommen, Leute! Ich auch nicht! Gerade mal Stufe 1! Ja, gerade mal Stufe 1! Das machen wir jetzt aber, damit wir noch weiter fliegen können! Und zwar, wir können uns erstmal jetzt hier die EP-Kiste holen! Da kann man so, aber nur wenn man VIP hat, ne? Ich glaub, das hat einen Fall nicht, ne? Dann können wir hier auch Haustiere holen, ne? Ein Anfängerei für 20! Das mach ich! Das mach ich! Das mach ich! Veröffentlichung direkt mal 3 Eier, würde ich sagen! Ja, würde ich auch was sagen! Und das hab ich drin! Selten! Wie, du hast selten! Ich hab auch selten ne Katze! Hab ich auch! Hab ich auch was! Okay, was kriegen wir noch? Komm, ein bisschen mehr Glück jetzt! Blocker kommen! Blocker kommen! Oh! Krokodil! Wie Krokodil! Nein, was scherzt! Ah! Ich dachte grad, 0,1 Prozent! Ich dachte grad, Alter! Episch! LOL! Was? Ich hab 3 mal selten! Jetzt aber eben einen Hund! Einen Hund hab ich! Okay, warte! Das sieht mal ganz gut alle aus! So! Man kann glaube ich, wie viele Haustiere kann man auswählen? Drei! Okay! So, jetzt haben wir 3 Haustiere! Das können wir glaube ich hier vorne wieder auf den Weg hin klicken, ne? Das ist hier nur diese Klickzone! Je mehr du jetzt hier klickst, ne? Ah! Warte mal! Oh mein Gott! Ich hab jetzt nur 1300 Geschwindigkeit! Du auch? Ich krieg plus 16! Wie viel kriegst du? Ich krieg auch plus 16! Ich hab 1000! Oh! Oh mein Gott! Ich hab 3300! Wie? Was? Ich bin... Ich hab auf einmal von 1700 oder so auf 3000 auf einmal gekommen! Bist du grad weit geflogen oder was? Bis 900 bin ich geflogen! Alter! Oha! Okay! Das hat geschmeckt! Warte mal! Ich hab jetzt 200 Münzen! Wir können auch hier vorne wieder, dass wir unsere Schienen und sowas kaufen können! Oder auch Boosts! Und ich glaub bei den Schienen können wir uns nämlich hier so ne... Ja! Okay! Das sind so Eingleiter! Ja! Das sind doch nur die Dinger hinten, ne? Wie das so aussieht! Und hier sind auch nur so VIP-Sachen! Okay! Okay! Und jetzt die Premium-Belohnung! Komm! Ich will das haben! Ich bin doch Premium! Ja! Toll! Geldbonus! Plus 1,5! Wie? Plus 1,5! Ja! Jetzt bekam ich immer 1x1,5 so viel Geld! Ey Mann! Und ich hab 2000 als Bonus bekommen! 2000 Münzen! Ey! Das ist voll unfair! Nur weil ich Dings hab! Aber... Warte mal! Ich kann... Du kannst doch in der Klickzone... Seitlich glaube ich gehen! Ah! Okay! Ich klicke so doll wie es geht! Ah! Okay! Okay! Ui! Oh mein Gott! Jetzt krieg ich bloß 42 Klickzone! Oh was! Ich bin grad... Alter ich bin bei 3000 schon wieder! Wie bei 3000? Ich bin bei 400 gelandet! Fast 4000 Geklicks! Okay warte mal! Ich hab jetzt grad... Ich hab jetzt grad genug Geld! Ey ich hab nur 4000 Klicks! Und ich spring bis 1100! Alter komm ich hier weit! Was? Ich muss auch mal ganz so viel was holen! Alter komm ich hier weit! Ähm man kann nämlich hier nochmal ganz kurz... Ich hab Klasse 1 schon mal abgehackt! Ich brauch jetzt neue Haustiere! Man kann nur mit diesen Haustieren weiterkommen! Oh das ist ein Geschenk! Boah ich kann ein Geschenk machen! Boah ich könnte dir was schenken! So! Schenk mir was cooles! So jetzt mal gucken! Eine Ente! Ich kauf jetzt mal ganz kurz eine kleine Feenanspritze! Was? Such dir die Münzen! Okay wenn das so ist hol ich mir ja auch Münzen! Also wie holt ihr? Eine Million oder was? Äh 10 Millionen hab ich mir geholt! 10 Millionen sogar! Ja und davon kauf ich mir jetzt hier für eine Million auch ein krasses Ei! Bam! Dann hol ich mir auch ganz kurz mal 10 Millionen! Oh! Selten! Die Schlange! Ich brauch ein bisschen Glück jetzt! Gewöhnlich der Goldfisch! Ey dass ich hier selten bekomme ne? Ich seh auch gerade was ich bekommen habe! Was denn? Durch dieses Premium Ding! Komm schon komm schon! Guck mal du siehst deine Haustiere ne? Episch! Affe! Nein! Episch! Wie viel gibt der? Wie viel gibt der? Warte mal guck ich gleich noch das letzte 1! Jetzt muss ich springen! Jetzt muss ich springen! Wieso musst du jetzt springen? Weil ich jetzt übel krass unterwegs bin! Nochmal Episch! Ich hab zweimal den Affen! Das glaub ich nicht! Jaaa! Oh mein Gott ich hab schon 10.000 Geschwindigkeit! 12.000! 15.000! Warte ich komm auch! Ich komm auch! Ich hab das grad bekommen! Was? Ja hast du auch so ein rotes Haus hier bekommen gerade! Alter ich hab 24.000 Speed! Ich hab grad mal, weil ich auf irgendwas teilgeschaltet! Oh mein Gott! Wie weit ich komme! Ich komm! 10.000! 11.000! 12.000! Wie weit komm ich? Ich klicke so schnell ich kann! Ich klicke! 15.500! Ich klicke! 15.000! Wow! Neuer Rekord! Oh mein Gott! Ich bin richtig weit! Ich bin richtig weit! Ich seh's! Oh! Oh! Ich rack doch richtig weit! Wo geh ich hin? Sehr gut! Warte ich roll bis 11.000! Ich bin bis 11.000! Ich bin 15.000! Bin ich gekommen! Alter! Was? Warum bist du so weit gekommen? Ich hab krass! Ich hab so ein Premium Tier bekommen! Das bringt mir plus 2.000 Geschwindigkeit! Plus 2.000? Okay! Ich hab jetzt zweimal so ein 900er Tier bekommen! Oh mein Gott! Ja ich hab auch schon... Alter! Junge wie ein 900er Tier! Die hab ich auch alle! Ja aber die bringen ja nichts! Weil man kann ja nicht die ganzen Haustiere aussehen! Ich seh gerade! Weißt du was ich alles habe? Was hast du? Ich hab ein episches Ziel gezogen mit einem 1.000.000 Ei! Und das bringt mir 2300 Speed! Ja den Affen oder was? Den Affen? Der bringt mir 2300! Wie viel bringt der dir denn? Mir auch 2300! Achso ich dachte 900! Ah ok! Nee nee! Der bringt mir auch ganz schön viel! Und jetzt warte ich geh nochmal rein in die Klickzone Leute! Ohhhh! Klicken! Ohhhh! Mein Gott! Ich klick so schnell ich kann gerade! Ich kann gar nicht hingucken! Ohhhh! Springst am Ende! Ohhhh! Oh mein Gott! 32.000! Speed 32.000! Speed! Oha! Oh mein Gott! Komm schon Leute! Ich sammeln hier so viele Münzen ein! Weiter! Weiter! Durch durch durch! Guck wie geil ich flieg! Guck wie geil ich flieg! Wo bist du denn? Du siehst du und 10! Oh mein Gott! Stimmt! Warum fliegst du so weit? Oh mein Gott! Ich bin schon bei 24.500! Boah! Ohhhh! Ich glaube jetzt mal ganz kurz hier so eine kleine Sache! Was glaubst du hier? Und zwar... Das sieht doch nicht schlecht aus Leute! Yeah! Hey! Was hast du dir da jetzt geholt? Ich hab mir jetzt gerade was geholt! So! Okay! Okay! Ich könnte mir auch den VIP-Pass holen! Du hast du durch eine... Die VIP-Pass hab ich ja nicht! Achso! Okay! Okay! Alles gut! Alles gut! Der Premium-Bonus! Ich hab so einen Boost aktiviert für 6 Minuten noch! Doppelte Geld und doppelte Klick! Ach! Kein Wunder dass du so weit kommst! Ja! Aber automatisch weil ich so Premium bin oder sowas! Ohhhh! Okay! Warte mal! Warte mal! Ja! Ich hab jetzt... Ich hab jetzt... Ich hab jetzt... Ich seh's grad! Wo ist die Goldkiste? Wo ist die Goldkiste? Oh mein Gott! Jetzt flieg ich extrem hoch! Ich flieg extrem hoch Leute! Wie hoch bin ich? Oha! Ich flieg grad bisschen weit! Bisschen sehr weit flieg ich gerade! Hast du was bekommen hier? Haustier? Bro was? Wo bin ich denn bitteschön? Was glaubst du wie weit ich bin? Guck mal unten! Siehst du das? Oh mein Gott! Wie weit fliegst du? Ich sieh's gerade! 28.500 Leute! Was? Was? Okay ich hab jetzt grad ne... Warte mal! Ich will nochmal ein bisschen... Was machen wir mit dem Geld noch? Was können wir mit dem Geld noch machen? Ähm... Hm... Oh guck mal! Er sagt alle sollen nicht Abo! Ehre! Ehrenmann! Ehrenmann! Okay warte mal! Ich kaufe nochmal... Alter die sind doch krasse Eier ne? Für 10 äh... Boosts! Ich hol mir jetzt mal nen Boost! Mal gucken! Warte mal! Hier ist ein Roblox Ei! Für 200... Ich hab keine Robux mehr! Na toll! Okay dann kaufe ich mir ein 1 Million Ei! Wir kommen schon! Bisschen Glück jetzt haben Leute! Selten! Okay ich hab jetzt noch ne Schlange gehabt bekommen! Oh nicht schlecht! Okay und los! Bisschen besser als der Goldfisch! Oh mein Gott! Da bin ich so schnell glitten! Na komm! Wieso was hast du? Ja! 40.000! 40.000 Speed! Woah! 50.000 Speed! Okay warte ich komm! Ich komm! Oh mein Gott! Was hab ich hier für nen krassen Boost? Wie weit oben bin ich bitte? Uuuuuh! Oh mein Gott! Bro ich bin so weit oben! Ich bin immer noch 2000 Meter! Uuuuuh! Oh mein Gott! Und ich fliege noch weiter! Let's go! Oh mein Gott! Ich hab 60.000 Speed! Ich hab 60.000 Speed! 60.000 Speed! Was? Alter ich hab grad so krass geklickt Leute! Das war grad nicht mehr normal! Loll! Komm schon jetzt neuer Rekord bitte! Ich brauch jetzt hier den neuen Rekord Leute! Nicht schlecht! Nicht schlecht! Wollen wir schon gut aufkommen! Springen! Alter ich bin gesprungen! Das hat was gebracht! Hä? Wie springen? Alter ich bin grad gesprungen einfach! Nochmal springen! Ne jetzt geht's nicht! Ich bin grad beim ersten Mal gesprungen! Episch Hafe! Das hat mir extrem weit gebracht Bro! Ich bin jetzt bei 33.000! Junge krank! Oh mein Gott Leute! Das war grad richtig wild ne? 33.000! Was ist das hier? Oh mein Gott! Wir können es die ganze Zeit wieder gebären! Oh mein Gott! Ich seh es gerade! Und nochmal der epische Affe! Sehr gut! Okay warte mal! Ich werde ganz kurz mal mein Geld ausgeben! Aber ich glaube man wird dann auch die Haustiere verlieren! Ich glaube ich... Meinst du? Ich glaube schon! Ich werde noch ein paar Eier kaufen! Das wäre blöd! Das wäre blöd! Selten Schlange! Okay! Weil ich komm noch mal ein weiteres Ei Leute! Dann werde ich mich gleich mal wieder gebären! Das haben wir gar nicht gemacht grad ne? Was wir machen sollen! Ich hätte es die ganze Zeit machen müssen! Hier Schlange! Wäre schon komisch wenn die ganzen Haustiere weggehen ne? Ja 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 ja! Aber wird schon... Goldfisch! Aber ich krieg jetzt hier nicht das... Weißt du ja das seltenste sind die Finks! Oder der Löwe! Ja ja ja! Ich werde jetzt auf jeden Fall nochmal schön hier den Boost mitnehmen! Oh mein Gott! Ich klicke grad hier einen Weltmeister rauf! Nein! Ich bin längst nicht so schnell weg! Ich kann auch wegen ganz noch zwei Eier öffnen danach! Ohhhh! 47.000 nur! Schade! Oh ok! Schade Alf! Das wäre auch echt cool gewesen! Schade! Schade! Wir kommen schon jetzt ein bisschen mehr Glück! Wieder Goldfisch! Ich glaube es ist das letzte Ei! Dann werde ich Rebirthen! Mal gucken! Komm schon! Ohhhh! Wappi! 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 Episch der Affe! Wichtig! Jetzt kann ich! Wichtig! Sehr schön! Oh mein Gott! Wiedergeburt 1! Und die Haussiere behält man! Die behält man? Wo kann ich wieder Geburt machen? Warte ich kann! Oh mein Gott! Ich kann! 5! Warte mal! Ich kann 5 ausrüsten! Zusammenführen! Ähm! Was? Ich glaube ich kann welche zusammenführen! Zusammenführen! Und zwar... 4 Stück brauchen wir davon! Ich... Ich führe jetzt die Schlange zusammen! Ich brauche noch den epischen Affen! Ich brauche noch den epischen Affen! Dann kann ich auch zusammenführen! Und... Zack! Jetzt habe ich! Was habe ich jetzt? Ja! Eine Schlange! Hä? Aber... Nein! Mach das nicht! Ich kann die jetzt nicht auswählen! Oder doch! Oh mein Gott! Die bringt 4500! Wir BAM! Merch! Alter! Das ist ja richtig krass jetzt! Ich gehe jetzt hier wieder rein! Abbrechen! 5700 bringt der! Klicken! Alter! Klicken! Alter! Okay! Wie kann ich mich rebursen? Äh! Bei dem Stern! Du musst den Stern drücken! Ah! Ja! Wiedergeburt! Bam! Und dann war die nächste wieder geburt! Die kostet wie viel? Die kostet 2000 München! Jetzt habe ich auch gar kein Geld mehr! Jetzt habe ich 5 Millionen verschenkt gerade! Ah! Nein! Verdammte Axt! Die Tiere kaufen müssen! Oh man! Ich bin so blöd! Okay warte! Der nächste kostet 5000! Deswegen, man geht so durch den richtig krassen Bonus! Ich kann mich wieder... Und nochmal! Wadaaa! Alter! Ich kann mich die ganze Zeit... Das ist voll clever! Zweimal Clickboost wurde geedit! Okay! Hä? Klicken! Kannst du die ganze Zeit rebursen oder was? Du kannst rebursen während du quasi fliegst und Geld einsammelst! Das ist voll clever! Ah! Neu! Was? Jetzt fliege ich gerade mega weit! Mal gucken! Oh ja! Der nächste kostet 7100! Wiedergeburt! Zack! Oh! Verdammt! Komm schon! Durch die Checkpoints! Wiedergeburt! Wiedergeburt! Oh Gott! Klicken! Ich muss neues Geld einsammeln! Alter! Ich fliege voll weit! Oh mein Gott! Ich fliege extrem weit Kasper! Wow! Und jetzt habe ich mehr Geld! Sehr gut! Ich kann mich wieder gebären! Oh mein Gott! Oh Tier! Wir fliegen noch weiter! Ich bin noch mit 30.000 Kameras! Man kriegt auch neue Haustiere vorne! Ich habe einen Elefant bekommen! Der bringt 1400! Man kriegt noch neue Haustiere? Ah! Oh! Okay! Gewichtig! Warte mal! Ich muss noch mal ein bisschen klicken! Weil du kriegst dadurch jedes Mal so Geldboost! Ah! Leute! Wieder viel Klick Leute! Mach ich auch! Mach ich auch! Drau! Und BAM! Okay! Okay! Wie weit fliegst du gerade? Äh! 20.000! Ich glaube ich kann mich gleich... 10.000! Ich glaube ich kann mich wieder gebären! Und spring! Weiter fliegen! Weiter fliegen! Weiter fliegen! Geld mitnehmen! Das hat glaube ich mir ganz viel Speed abgezogen Leute! Das war gerade nicht so stark! Ich bin jetzt gerade bei 13! Ich bin bei 14! Da bist du! Nein! Ich bin hinter dir hier gerade! Ich kann mich auch wieder gebären! Alles gut! Alles gut! Ich habe jetzt direkt wieder... Nochmal zweimal Klick Boost! Ich hole mir jetzt hier... Was bringt... Was hat der Elefant gebracht an Boost? 1600 oder 1700 oder so! Oh! Das ist ja gar nicht so schlecht eigentlich! Sooo! Ich bin da richtig schnell! 30.000 mindestens! Ich habe 30.000 bekommen! Selten das Pferd! Oh! Wie das Pferd! Ah! Das bringt aber weniger als meine anderen Sachen! Hä? Was soll das denn? Oh! Verdammt! Ich schlitter hier rüber! Ich slide! Oh! Ich fliege! Komm schon! Ich will mich rüberfen können! Ich brauche dafür 50.000! Bisschen brauche ich noch Leute! Ah! Hier durch! 6.000! Komm schon! Bisschen mehr Speed! Nein! Okay! Ich bin an meinem Limit! Ich bin an meinem maximalen Limit erreicht! Man kommt aber immer weiter! Jetzt haben wir schon 7! Mal 7 Geld Bonus! Ja! Man kriegt immer mehr! Das stimmt! Und hier! Und ich glaube ich kann jetzt hier... Warte mal! Kann ich mir da vorne schieben irgendwelche... Oh! Noch weiter! Das ist die ganze Zeit ein Rebirth! Das ist extrem wichtig! Safe! Ja! Also ich glaube noch weiter! Oder warte mal! Kann ich mich repersonen hier? Komm schon! 30.000! 30.000! 15.000! Ja! Ich bin 34.000 gekommen Leute! 34.000! Ja! Also ich meine jetzt vom Tempo her... Jetzt wird's krass! Jetzt! Guck mal hier! Wie ich durchbretter! Wie ich durch die ganzen Checkpoints gehe! Wie ich durch die ganzen Checkpoints gehe! Erreiche! 100.000 Gold haben wir jetzt gerade bekommen! Oh mein Gott! Dreck! 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 Weiter rutschen! Weiter rutschen! Weiter rutschen! Ja genau! Sovon rede ich doch! Warte mal! Hier ist ne Kiste! Die sammle ich ein! Wie was für ne Kiste? Die liegt ja rechts! Die sammle ich jetzt direkt ein! Zeig mal! Du klickst noch! Meine Kiste! Alter ich hab richtig viel Speed gerade! Ich hab richtig viel Speed! Ich hab die Kiste eingesammelt! Nein! Du hast die echt! Ich hab sie eingesammelt! Was? Was war da jetzt drin? Alter ich bin grad extrem hoch! Komm schon! Was war da jetzt drin in der Kiste? Ja ich kann reberfen! Wichtig Leute! Nicht schlecht! Nicht schlecht! Wiedergeburt! Oh nein! Ich bin komisch aufgekommen! Ich bin komisch! Ich bin voll langsam! Ey was! Ey! Das war ja richtig langsam jetzt gerade! Aber trotzdem sind wir immer ziemlich weit gekommen! Muss ich sagen! Muss ich auch sagen! Finaler Sprung! Komm! Finaler Sprung! Okay! Wer wird jetzt besser springen? Ich bin bereit! Und! Oh mein Gott! Ich hab einen krassen Start gehabt! Oh mein Gott! Ich muss mich so konzentriert zu drücken! Wie viel hast du? 20.000! 40! Ich hab 26.000! Bro! Ich hab so schnell gedrückt! Ich hab 40.000! Ich hab so schnell gedrückt! Oh vielleicht! Wenn du jetzt schlecht landest dann hab ich noch ne Chance! Komm schon! Nein! Ich bin so weit in der Luft gerade! Nein! Ich bin auch schlecht aufgekommen! Nein! Ich bin auch schlecht aufgekommen! Oh! Ich bin gut aufgekommen! Wir sind gleich auf! Wir sind gleich auf! Ich bin sehr... Guck mal! Ich steig weiter als du! Ja! Nein! Ja! Guck mal! Warte noch hier! 8.000! Und! 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 Habe ich 100.000 Münzen? Nicht schlecht! Verdammt! Ich hab die 100.000 Münzen Leute! Yo! Kaspar! Yo! Was geht? Was geht? Was geht? Heute spielen wir endlich mal den Speedman Simulator! Oh mein Gott! Okay! Also was genau müssen wir da machen? Das musst du mir ein bisschen erklären! Wir müssen jetzt heute probieren! Pass auf! Ich kann jetzt mal ganz kurz hier diese blauen Schuhe auswählen! Und dann... Hä? Lauf ich mit denen! Okay! Du kannst mit denen schon laufen! Ich kann mit denen gar nicht laufen! Iiiiiiii! Was? Bei mir geht das nicht! Bei mir auch nicht leider! Ich muss noch andere Schuhe auswählen! Also das hat doch nicht ganz funktioniert! Komm mal her! Lass mal! Ich glaub wir können diese Schuhe hier nehmen oder? Glaubst du wir können die roten nehmen? Ja! Damit kommen wir rüber! Ja! Oh! Das gab eine Energie! Ja verdammt! Ich hab die aus den ausgezogen! Das heißt... Sie sieht sich automatisch aus! Ehrlich! Wenn du durchgelaufen bist, kriegst du eine Energie! Wir müssen sozusagen also immer wieder rüber kommen! So! Deswegen können wir auch unsere Energie vorne trainieren! Beziehungsweise unsere Ausdauer glaube ich! Bei den... Bei den Dingen! Bei den Laufbändern hier! Guck dir mal! Also ich schwing dich mal direkt mal aufs Laufband rauf! Und trainier mal hier auf ganz entspannt! Und... Ja! Sehr gut! Ja ich guck mal was das bringt! Warte mal! Ich mach's jetzt auch mal hier! Ich mach's jetzt auch mal hier! Ich mach's jetzt auch mal hier! Wo genau ist das? Ich seh das! Ganz unten 49 Robux! Holen wir uns mal jedes... Ah hier! Ja das holen wir uns doch mal! Komm! Gönnen wir uns die 800 Energie! So! Und dann geht's jetzt hier aufs Laufband! Yeah! Alter! Jetzt können wir laufen hier ohne Endung! Jetzt kriegen wir... Was kriegen wir jetzt? Oh und? Wir kriegen natürlich mehr Geschwindigkeit! Mann! Wieso kann ich nicht laufen jetzt? So! Oh mein Gott! Der drückt ja voll auf ab hier! Oh mein Gott! So! Der ist ja absolut am Laufen jetzt! Und jetzt können wir glaube ich auch andere Schuhe auswählen! Okay! Ja hier! Aber man läuft trotzdem noch relativ langsam habe ich das Gefühl! Ja ich will schneller werden! Also ich lauf jetzt mal mit diesen Dingern hier rüber! Und bam! Wie viel Energie bekomm ich dafür? 52 Energie bekomm ich! Oh die sind zu schwer noch! Ah! Du kannst... Warte mal! Oh mein Gott! Was kann ich noch machen? Oh mein Gott! Das geht nicht wirklich! Ah ok! Du kannst auch mehrere Paare auf einmal nehmen! Sehe ich gerade! Ehrlich! Du musst einfach nochmal anziehen! Aber bei denen geht das noch nicht! Weil wir dafür mit zu schwer werden! Dann habe ich jetzt bei den blauen gemacht! Ah! Wie viele Paare hast du genommen? 1, 2, 3? Ich habe jetzt aber 51 Energie bekommen! Also das macht nicht wirklich einen großen Unterschied! Ja ok 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 ok! Guck mal hier! Aber ich glaube später bringt das schon was! Wir können auch sogar anscheinend Sachen upgraden hier! Siehst du das? Upgrade? Oh ja stimmt! Das sieht auch gut aus! Ich würde mal sagen ich klicke mal... Ah das kostet 20 Energie! Um was zu öffnen! Hier in der Mitte! Okay! Guck mal auf die Mitte und dann mache ich mal Open! Und ich habe einen Energieball oder so bekommen! Ich habe irgendwas komisches bekommen! Was soll das sein? Was ist das jetzt hier? Ach so ein Laufband oder was? Und nochmal eine Energie! Guck mal jetzt haben wir... Ah! Und jetzt können wir die Equippen! Cool! Und die bringen jetzt quasi jedes Mal... Also man kann drei Stück aussehen! Das heißt ich... Ich nehme nochmal ganz kurz... Ich nehme mir auch nochmal eins! Und... So! Und dann Equippen! Jetzt habe ich drei Stück! Oh mein Gott! Eigentlich wäre es schlau... Nur drei Laufbänder um dich herum zu haben! Oder so ne? Ja ja! Das wäre das Beste was man kann machen könnte! Dann ziehe ich nochmal direkt hier! Alter! Ich will hier drei Laufbänder haben! Was ist los? Oh ich kann die... Die anderen sind einfach zu schwer ne? Oh komm schon! Ich will dieses Laufbänder haben! Ich habe es nicht bekommen! Okay! Aber du kannst auch... Sehe ich gerade! Du kannst die auch kombinieren die Sachen ne? Ja! Dann kannst du... Oder meinst du Evolven? Oh! Ich habe die jetzt gerade alle Revolved! Evolved meine ich! So! Jetzt nochmal! Hast du so viele geholt oder was? Jaja! So vier, fünf Stück! Was? Jetzt füge ich nochmal alle zusammen! Evolve all! Was passiert hier? Okay! Hast du die so viele gekauft? Jaja! Jetzt habe ich drei Stück um mich herum! Alter! Jetzt wird sich hier erstmal aber ganz entspannt hier die Schuhe geschnappt! Okay! Ich habe es nur mit dran bekommen! Ich glaube mit dran ist auch gar nicht mal so schlecht! Sehr gut! Ja! Sehr gut! Also ich habe echt Glück und ein Laufband schon gezogen ne? Da habe ich echt Glück gehabt! Hier! Und was bekomme ich jetzt? 120 Energie wenn ich rüberlaufe! Oh mein Gott! Wie wenn du... 120? 120 wenn ich rüberlaufe! Ich schwimme mich hier direkt mal auf ganz entspannt aufs Laufband und... Wie? Du kriegst 120? Ich bekomme 120 Energie wenn ich rüberlaufe! Ich bekomme 109! Was hast du denn gemacht? Alter! Ja weil ich so ein Laufband habe! Aber ne du auch ne? Ja habe ich auch! Ey ja pass auf! Ich habe meine Bälle weißt du deswegen leuchtet das aus! Guck mal deinen Ball an! Guck mal meinen Ball an! Die leuchten gleich! Nein 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 nein! Deiner hat noch so netzmäßig und meiner ist komplett gelb wie ne Sonne! Meiner ist auch gelb wie ne Sonne! Ja aber ich habe meinen halt so evolved weißt du! Ich habe meine entwickelt! Hab ich! Ja gut dann glaub mir ehrlich ich! Ich krieg hier 120 Energie! Aber wir brauchen auf jeden Fall das Ding ist wir brauchen auf jeden Fall ordentlich mehr Geschwindigkeit um das nächste Level freizuschalten! Ja 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 ja! Deswegen schwinge ich mich auch direkt nochmal wieder aufs Laufband drauf! Ich auch jetzt hier! Komm mal ein bisschen laufen hier! Okay ich habe 57! Kann ich jetzt schon diese Schuhe tragen? Ne die kann ich noch gar nicht tragen! Ne die sind echt noch zu schwer ne? Naja das geht noch nicht! Wollen wir uns nochmal so ne kleine Energie Boost Dingens holen? Ich glaube wir müssen uns nochmal ne Finanzspritze hier gönnen oder sowas! Wollen wir uns hier nochmal 800? Komm kauf ich einfach so! Komm wir kaufen uns nochmal! Ich würde auch sagen wir kaufen uns 3500! Oh jetzt habe ich schon 800 geholt ne? Ist halt wie es ist! Dann kauf ich mir 800! Okay! Dann kauf ich 800 und jetzt ab aufs Laufband wieder oder was! Und! Man kann ja nicht mal 10 mal laufen hier! Abflug! Bam! Okay ich habe schon wieder keine Energie mehr! Ich habe jetzt 79 Laufgeschwindigkeit! Ich auch! Wir werden schon ziemlich schnell! Dann kann ich jetzt schon 2 Paar tragen von denen hier? Ah! Immer noch nicht! Was soll das denn? Sag mal! Ich kann nur 2 Paar tragen hier! Und rüber hier! Was kriege ich jetzt? Immer noch nur 120 Energie! Ich auch nur 109! Ich auch nur 109! Pass auf! Ich kaufe jetzt einfach noch mehr Pads und ich muss die alle kombinieren! Weil dann kriegst du nämlich am meisten Energie! Glaubst du das ist das was man machen muss? Ja! Und nochmal Hydranten! Okay dann kauf ich! Oh ich habe einen Ball bekommen! Oh nochmal ein Trapmill! Noch ein Trapmill! Sehr gut! Noch ein Trapmill! Was?! Du ziehst mir alle Trapmills weg! Also alle Laufbänder! Warte mal! Ich habe jetzt 4! Alter! Ich habe 4 Laufbänder! Mir fehlt noch 1! Okay ich brauche mehr Energie! Ich muss nochmal rüber laufen jetzt hier! Ich glaube ihr wollt roll! Okay 1,4! Und das Ding kann ich jetzt auch ihr wollen! So pass auf Kasper! Du wirst gleich sehen! Ich 5 Laufbänder habe und jedes Mal ordentlich Energie bekomme! Was?! Du hast denn 5 Laufbänder her? Sag mal! Werde ich gleich haben! Ja! Und da war das Laufband! Oh mein Gott das kann nicht sein ey! Kann doch nicht sein dass du so viel Glück hast! So das heißt ich habe jetzt! Pass auf Kasper! Ich evolve jetzt! Ja! Das Laufband! Jetzt habe ich ein goldenes Laufband! Und das kann man auch nochmal und ich kann sogar mit Hydranten evolfen! Und mein Ball! Perfekt! Was?! Du kannst alles wie die Evolven oder was?! Ich habe jetzt 3 goldene Sachen! Warte mal! Ich kann auch meinen Hydranten Evolven! So mache ich mal! Und 1,7! Sehr gut! Bei mir ist das alles Gold! Wie viel kriege ich jetzt statt 109 kriege ich jetzt? Auch 5 Evolven kannst du nochmal Evolven! 218 kriege ich jetzt! Das Doppelte! Was?! Ja! Okay warte mal! Dann muss ich hier nochmal ein bisschen mehr öffnen! Richtig ordentlich ne? Das ist richtig ordentlich! So! Oh mein Gott! Laufband! Ball brauche ich nicht! Das dauert auf jeden Fall ewig bis wir ja die 250er vorne freigeschaltet haben! Ich sag's dir ey! Das dauert ja echt Jahre hier! Sag mal! Guck mal ob man das irgendwie anders holen kann! Ne kann man nicht! Man muss anscheinend die ganze Zeit laufen! Das ist halt auch der Laufsimulator weißt du! Ja! Da musst du halt auch ein bisschen hin und her laufen! Sei mal nicht ganz so hundidulig hier du! Bin ich auch nicht! Bin ich auch nicht! Nein bist du nicht! Bist du nicht! Also wir müssen eigentlich auch mal wieder aufs Laufband rauf ne? Kann ich so sagen! Doch! Das könnte ich merken! Also wie viel kriegst du jetzt gerade hier? Wie viel kriegst du jetzt gerade wenn du einmal rüber laufst? 210 oder sowas ne? Genau! Ich krieg 210! So! Okay sehr gut! So ich krieg jetzt hier auch gerade! Woah! Ich kauf einfach! Ich kauf jetzt hier einfach für 300 Energie kauf ich jetzt hier einfach die ganze Zeit immer wieder Pets! Weil weißt du was ich gesehen habe? Was denn? Du kannst evolvete Pets also entwickelte Haustiere kannst du auch noch mal zusammenführen! Das heißt 5 goldene kannst du auch noch mal zusammenführen! Ja aber da brauchst du ja wirklich 25 von denen um gerade mal 5 Stück zu evolven weißt du? It is what it is! Okay! Nein aber das dauert schon lange das mache ich nicht aber ich werde jetzt erstmal den Hydranten glaube ich nochmal machen! So komm einmal kauf mir das noch! Ja Hydranten! Ich habe auf jeden Fall meine 3 goldenen Sachen ich bin aber zufrieden muss ich sagen! Okay sehr gut! Oh mein Gott ich habe gerade so viel evolved ne? Was? Okay! Kann ich nochmal evolven? Oh ich brauche nur noch eine Sonne und dann habe ich die ganzen Sonnen kann ich dann nochmal zusammenfügen! Ich habe 2 goldene Hydranten! Okay pass auf weißt du was ich jetzt mache? Ich mache das jetzt auch! Ich brauche auch noch ein paar Packs! Weil du das machst! Alter ich sag dir das ist doch du musst einfach die ganze Zeit kaufen 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 für deine Energie! Ja! Und dann kriegst du die ganze Zeit die Teile! Welche Teile? Alter! Ich habe alles Gold um mich herum! Ja habe ich doch auch schon! Ja ja aber ich meine du kannst die ganze Zeit auch deine goldenen nochmal zusammenfügen deine ganzen goldenen Dinger! Ja das dauert ja ewig bis man das kann! Soll ich jetzt hier! Ne 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 du kannst einfach 20 mal drauf und dann hast du das schon fast! Kann man das auch noch anders kaufen! Äh anders geht es ja dann nicht! Also du musst halt wirklich auf drauf drücken einfach! Was ist hier? Okay hier ist ein Energie Ding! Du kannst ja unten einfach Evolve All dann einfach machen! Dann kriegst du direkt instant einfach alle fügte dann zusammen sozusagen! Ah ok das schmeckt ganz gut! Weil ich habe voll viel Energie jetzt hier gerade was ich da gerade verschwende! Ich brauche noch einmal eine Energiesonne und dann also eine kombinierte Energie! Und dann habe ich einfach äh auch noch habe ich 5 kombinierte Energiesonnen und die kombiniere ich dann! Also war das Beste eigentlich was! Ja das war's! Evolve All! Ok ich habe jetzt auf jeden Fall schon mal ein paar Sachen! Evolve All! Und Equip Best! Oh mein Gott! Diamond Sonne! Oh mein Gott! Wie? Und die kann ich sogar nochmal Evolven! Wie du hast eine Diamond Sonne jetzt? Alter! Ja die ist blau! Oh guck mal hier so eine Diamantensonne um mich herum! Was? Alter! Ist ja voll heftig alter! Ich kaufe mir direkt noch mehr ne! Alter ich bin kaufsüchtig hier! Ich kaufe mir direkt nochmal mehr Dinger! Kann man da nicht einfach mehr auf einmal kaufen direkt mit seinem ganzen Geld? Nein nein das geht leider nicht! Ich glaube du musst immer einzeln tippeln! Aber ist ja nicht schlimm geht ja auch schnell! Ist ja nervig! Ja man geht schon schnell! Ist ja ehrlich! Ist ja nervig! Ich habe zwei goldene Treadmills! Ah! Oh! Zwei goldene! Du baust fünf goldene um die zum Diamantentreadmill zu machen! Mhm! Oh ich kriege doch schon ordentlich Energie jetzt hier gerade! Ja ja also ich sag dir zwei goldene ist schon mal ziemlich heavy! Das ist das beste was du haben kannst! So ich glaube jetzt pass auf jetzt habe ich so viel Energie jetzt werde ich mal da hingehen und dann komplett alles wegdenksten! Oh nochmal ein Treadmill! Und dann wirst du gleich sehen wie weit ich bekommen bin! So ich habe jetzt hier 33 neue Pads! Ich werde jetzt mal alle Evolven! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ich habe auch ne Diamantensonne! Ich hoffe hier auch nochmal ordentlich! Ich habe nämlich einiges an Energie gesammelt in der Zwischenzeit! Du hast 33 neue Pads und hast jetzt mittlerweile schon das Diamantenlaufband? Ähm leider noch nicht! Wieso hast du das oder was? Ich habe es auch noch nicht! Aber ich dachte eigentlich du öffnest hier jetzt tausende Packs und hast es dann endlich mal! Ne habe ich halt nicht gehabt! Aber anscheinend ja nicht! Anscheinend nicht! Jetzt habe ich gerade eine goldene Sonne gezogen! Ich habe eine goldene Sonne bekommen! Du auch? Ja ich auch! Alter richtig gut! Und nochmal eine! Okay ich kaufe einfach komm ich gebe mein ganzes Geld hier aus ne für diese Pads! So! 40 Pads habe ich am Start! Ich evolve auch mal alle zusammen! Und nochmal! Wieso was? Ich habe einen Diamantenhydranten! Ich habe ich auch! Habe ich auch! Was der ist ja richtig wild! Und den kannst du sogar nochmal evolven! Ne sehe ich gerade! So pass auf! Ich habe jetzt auf jeden Fall genug Pads! Ich habe jetzt goldene Stratmel und so! Ich auch! Ich geh jetzt gerade 800 Energie! Okay du kriegst 800 Energie?! Was?! Mh! 800 Energie! Das ist natürlich richtig wild! Muss ich nur so bisschen laufen! Ich geh gerade mal 300! Wie kriegst du denn? 800 Energie! Tja! Hä? Kannst mal sehen! Obwohl ich schon so Diamantensachen um mich herum habe! Ich auch! Hast du deine Dinger überhaupt? Hast du die überhaupt? Okay ja okay passt! Training! Ja dann fang mal an zu trainieren! Ich muss noch ein paar mehr Pads kaufen! Weil ich habe einfach fast das Laufband im Treadmill in Diamant ne? Fast das Laufband in Diamant! Weil ich gucke wie sieht es bei mir aus! Ich brauche noch einmal euch! Oh stimmt! Ich muss auch eigentlich holen! Ich habe es auch fast in Diamant! Ja ja! Ich sage dir das ist auch nochmal richtig richtig wichtig! Weil das einfach das Beste ist was du im Spiel haben kannst! Sozusagen das Laufband! Ja! Mit Diamant! Okay okay Caspar! Ich habe jetzt so viel Energie ausgegeben ne? Ich auch! Ich auch! Also ich drücke jetzt hier auf Evolve All! Ja? Und was bekomme ich? Boah wenn du würdest dass ich hab ne? Oh Gott! Was hast du? Oh Gott! Das Goldene! Das Diamanten Laufband habe ich! Hast du das auch? Das habe ich auch! Ich habe ein Diamanten Laufband! Diamanten Hydrant! Und goldenes Laufband habe ich an mir dran! Okay ich habe jetzt ein Diamanten Laufband! Einen Diamanten Hydrant und einen Diamanten Ball! Ja! Einen Diamanten Sonne! Alter Junge Junge! Ist ja eigentlich gar nicht mal so schlecht ne? Kann ich jetzt schon die Schuhe hier nehmen? Das ist schon sehr sehr gut! Weiß auch nicht genau! Ja ich kann jetzt schon die Neonschuhe nehmen! Ich nicht! Ich nicht was? Und dafür kriege ich jetzt wie viel kriege ich da? 2600 Energie! Was? Ich bekomme gerade mal 380 Energie! Wieso bekommst du so viel Energie? Ich habe mir doppelt Energie gekauft! Haha! Deswegen! Und ich wundere mich die ganze Zeit! So und jetzt! Lauf! 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 Und ich habe jetzt den nächsten Bereich frei Kasper! Das ist ja schön für dich! Ich habe gerade sogar zwei Neonschuhe an! Gleichzeitig! Ja! Okay! Was habe ich mir gekauft? Doppelte Speed! Habe ich auch! Habe ich auch! Alter das hast du die ganze Zeit gekauft! Sag mal! Und doppelte Geschwindigkeit auf dem Laufband! Und Bada Boom Bang Pau! Alter du kaufst hier mal wieder alles hier man! Da kaufst du sie einfach für Robux schon wieder sein halbes Spiel! Das machst du noch die ganze Zeit! Ich habe das die letzten Spiele gar nicht mehr gemacht! Und du machst es hier die ganze Zeit! Ist so! Ist so! Natürlich! Ich gehe jetzt erstmal dick laufen! Ich gehe auch erstmal dick laufen! Ich gehe jetzt schon 8! Ich gehe glaube ich jetzt schon über 700 Energie hier wenn ich hier rüber lauf! 770! Sehr gut! Das ist echt richtig wenig! Alter das ist einfach nur assi das du so redest! Weißt du das? Das ist richtig assi! Neuuu! So warte mal! Warte mal! Hier nochmal! Und ok ok! Ich schmeiß mich mal aufs Laufband drauf! Ich brauche echt noch ein bisschen! So und jetzt noch einmal rüber hier! Ich brauche 250! Wir müssen ja ins nächste Level kommen langsam mal ne? Genau! Da bin ich dann schon! Ach du bist schon im nächsten Level! Ja ich kann hier mit so weißen Dripflops rüber! Ok 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 pass auf! So dann gehe ich auch nochmal ins Level rein hier! Oh ich kriege dann 12.000 Energie Kaspar! 12.000? Davon kannst du mir wohl was abgeben oder was? Nee! Und Oma hat die neue Haustiere dann! Ok komm! Ich kaufe mir einfach auch nochmal Energie hier so! Und? Genau! Komm mal rüber dann hier! Ich komm mal rüber und laufe hier mal ganz kurz die Sol dicht! Alter! Wie viel muss ich denn hier laufen? Sag mal bis ich die 250 voll habe! Extrem viel! Oh mein Gott! Ich muss noch mehr laufen! Warte mal! Ich muss hier nochmal ein bisschen hier! Wo kann ich das denn kaufen? Das mit dem doppelten Dings hier auf dem Laufband! Ich habe jetzt gerade 40.000 Energie und jetzt kann ich die hier verlaufen! Oh hey! Jo jo jo! Ki! Doppelter Speed! Ok ok! Sprint! Aber kann ich jetzt schon die Schuhe nehmen? Ja kann ich! Sprint! Jetzt auch endlich die Neonschuhe! So und was kriege ich? Endlich! Und bam! Oh 1300 Energie! Sehr schön! Sehr gut! Ok! Ok ich habe jetzt hier gerade ganz viel gemacht! Alter das Ding ist es kostet ein Tier hier! Man kann eine Pyramide bekommen! 5% dicke Schuhe! Was für eine Pyramide! Jaja hast du genau richtig gesehen! So ich bin auch gleich drüben boxen! Ich muss hier noch einmal ganz kurz die Neonschuhe! Da muss ich noch einmal ganz kurz zu Ende laufen hier! Ja! Alles gut Kaspar! Alles gut! Dann komme ich auch endlich mal rüber da! Sag mal! Alles gut! Alles gut! Jaja hier die 4.000! So die sind voll! Ich kriege 4.000 hier! Jetzt bin ich aufs Laufband drauf! So ich gehe mal aufs Laufband! Meinst du das bringe ich aus wenn du mit Schuhen aufs Laufband drauf gehst? Mit den Schuhen? Ne ne? Nein nein! Ich glaube nicht! So! Ok ok ok! Alter jetzt geht hier das Geld aber auch flöten! Sag mal! Also wirklich! Gerade mal 180 Schuhe habe ich! Ich muss noch mehr laufen einfach! Das ist einfach so! Ich bin auch viel am Laufen! Ich habe vielleicht schon bis gerade 1.300 Lauf! Bist du denn auch schnell oder dauert das noch bei dir? Man ist halt... Naja! Die Schuhe werden halt immer schwerer ne? Also die Schuhe werden schwerer! Ja ok! Stimmt! Also das heißt du kannst sozusagen... Also bist du beim ersten Paar noch oder irgendwie schon beim dritten oder vierten? Ne ich bin schon beim dritten! Was? Dann geht das ja richtig schnell gleich ne? Hier im nächsten! Ja ja! Geh hier nochmal rüber! Wieder 4000 Energie! Sag mal! Also ich wirklich... Da hast du dir echt nochmal mit Robux ne? Hast du ja echt nochmal einen Vorteil gekauft! Ist einfach so! Nur so ein bisschen! Ist einfach unfair! Nein! Ne! Natürlich! Nein! Das ist unfair wenn du dir für Robux irgendwie nochmal so Boosts kaufst! Nein! Natürlich! Du kaufst dir hier irgendwelche... Weißt du? Das ist so als würde ich mir irgendwelche... Als würde ich mir gebraucht irgendwelche Nike Schuhe kaufen! Und du holst dir weil du das Geld hast irgendwie... Richtig viele... Eure Nikes oder so! Ich habe gerade eine Pyramide bekommen Kaspar! Pyramide? Als Haustier oder was? Was bringt das? Hat eine 5%ige Chance gehabt! Keine Ahnung ich guck jetzt! Ich hab jetzt äh... Oh ich kann sogar schon meine Palme Evolven! Hier auch mal rüber! So! Bringt dann! Wo ist denn die jetzt? 2,3... Dann hab ich die 10.000 Energie auch voll! Dann sollte es eigentlich reichen für 250 Schuhe! Dann solltest du eigentlich packen! Okay! So! 10.000 Energie sind voll! Ich geh wieder aufs Laufband rauf! So! Sehr gut! Mal gucken wie weit ich hier jetzt laufen kann! Und... Uah! 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 So! Hier komm ein bisschen! Ja! Und hier vorne noch ein bisschen! So! Und ja! 215! 217! 220! Oh mein Gott das reicht nicht! Ich brauch noch 15 Energie! Oh! Ich lauf hier mit zwei ganz schweren Flipflops schon rum! Das wird ganz heftig Kaspar! BAM! 50.000! 50.000 Energie oder was? Mit einmal laufen! Alter ich krieg hier grad mal 1.000! Du kriegst schon 50.000! Sag mal! Ah! So! Dann nehm ich dir mal das Paar Schuhe mit! So! Jetzt sollte es auch gleich reichen! So! Ich geh nochmal aufs Laufband! Das sollte das letzte Mal sein! Ich guck mal! Und... So! Rauf hier jetzt! Und bam! Du bist immer noch da hinten bist! Unglaublich! Ja! Ja! Unglaublich! So! Und ich hab's auch geschafft! So! Reicht! 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 Bereicht! Bro, so! Ich hab's freigeschaltet! Komm her! Komm her! Komm her! Ich komme! Juuuhuh! Auch endlich mal nach einer halben Stunde hab ich es endlich alber geschafft! Da bist du ja! Sehr schön! Alter! Das sieht auch cool aus hier! Sag mal! Sehr guto! Ich habe jetzt denial ge cortisol und gemacht! Oh nein! Robert! Zwife! Manu! Yo, was geht ab Kaspar? Bist du auch so dick? Wo bist du? Ich hab ein bisschen zu viel Snickers gegessen, hier bist du? Ach, da bist du! Oh Gott, es geht hier gar nicht los! Denk dran, du musst klicken, wir haben vergessen zu klicken! Oh mein Gott, ich wusste es nicht! Loll, ach so! Was hast du jetzt grad für den Speed? 40 Ich auch, ich auch, ich auch. Wir müssen hier so schnell es geht werden Und? Bist du bereit? Oh mein Gott, lauf! Alter, wie schnell sind die, Bro? Du bist ja voll langsam und voll dick Wie schnell sind die? Ich hab 46, was hast du? 53 Aber die anderen waren grad echt mega, mega schnell, ne? Alter, die sind so abgehauen vor uns Guck mal, der eine da unten, du siehst ja unten auch die Anzeige, wie schnell du bist, ne? Also wie viel Geschwindigkeit Also ich bin jetzt gerade 53, steht da bei mir Ich bin 46, ne? Alter, wie schnell ist der denn? Hä, der hat das glaube ich grad schon so übersprungen oder so, ne? Ich guck mal ganz kurz im Shop Ob wir uns schon irgendwas cooles kaufen könnten Also wir können uns auf jeden Fall, das weiß ich Wir können so immer so Boosts holen Ja, Boosts war doch nicht schlecht gleich, ne? Das brauchen wir nicht, aber ich würd sagen, wir können uns nämlich so Pads holen Ach, wir können auch, guck mal Und die Pads werden wir dann schneller Genau, und wir können auch anderes Essen und uns ausrüsten Das ist das, das Essen sind die Pads Ah, okay, sehr gut Guck mal, jetzt haben wir vielleicht den ersten Lemmy hier geschafft Hey, wir sind einfach, guck mal, bei mir steht Schnecke Was steht bei dir? Bei mir steht auch Lahme Schnecke Lahme Schnecke sogar? Nein, nein, auch nur Schnecke Ach so, ich dachte grad Du bist ja wieder ein bisschen schnell als ich Ey, aber man muss auch dazu sagen Wir haben auch viel zu spät geklickt, ne? Du hast mir jetzt ja irgendwie erst Das konnte man 30 Sekunden klicken oder so Ja, wir haben echt bisschen zu spät geklickt Aber gut, dass ihr das auch gesagt habt Aber guck mal, ich glaub ich kaufe jetzt schon mal 1.000 Wollen wir uns mal? Ich komme jetzt 1.000 Wins Ja, okay Ich hole mir direkt mal 3 Wins 3 hole ich mir hier 5.000 Jetzt hast du hier 5.000 geholt? Naja, ich hole mir 1.000 Ja, okay Wollte grad sagen, okay Mal gucken 3 Sekunden ist auf jeden Fall dann hier schon die Runde vorbei Ich guck mal ganz kurz was wir jetzt am besten gleich kaufen können Ha, wobei ist ja mal günstiger 5.000 zu holen Dann kauf mir 5.000 Dann kauf mir 5.000 Dann kauf mir 5.000 Stimmt ist viel Das war ja voll dumm, dass ich 1.000 gekauft hab Warum günstiger ist 25.000 zu kaufen? Ja, stimmt, oder? Okay, jetzt haben wir es fast geschafft Wir sind fast drüben Alles cool Und ich glaube dann erreicht uns Digga, wir sind grad mal Stufe Ich bin nicht mal Stufe 2 Ich seh uns auch grad Also wirklich Das schaffen wir nicht mal Wir sind ja übelst langsam Ja, wir müssen ja schneller werden, okay? Wir werden noch richtig Jetzt haben wir Zeit, Kasper Kaufen Starter 1 Wie viel kosten hier? 5.000, 25.000, 200.000 Ich kauf das für 1.000 hier 1.000 direkt? Der Donut Oh Gott Und ich hab gewöhnlich Ey, warte Gewöhnlich Nein Warte, öffne nochmal Ich mach mal hier einen zweiten Komm schon Und So, mach ich auch nochmal den hier Ungewöhnlich Ey, das kann doch nicht sein Hä? Und Auch gewöhnlich Ich hab beide ausgerüstet gerade Klicke jetzt, was du das Zeug hält Oh mein Gott, ich bin direkt schon Geht schon los? Was? Also wie schnell? 3.000 und du? Hä? Warum bin ich jetzt direkt bei 8.000? Was? Wie sagst du so nochmal mehr als ich? Hä? Ich hab zwei Haustiere Hast du auch zwei Haustiere? Ja, ja, aber ich bin jetzt gerade mal bei 5.000 und du? Ich bin jetzt gerade bei 9.000, keine Ahnung warum Junge, wie schnell sind wir Ja Okay Bist du bereit? Und Wow Wow Oh mein Gott Oh mein Gott, wie schnell sind wir direkt? Oder? Ne, ich bin nicht erster Wie schnell sind wir direkt? Alter, wir sind direkt bei Orange Wie das aussieht Ey, ich bin schon Stufe Ey, du, wo bist du schon? Ich bin, äh Na, schon 4 Hä? 4 schon Ja, ja Alter Wir sind jetzt gerade schon Stufe 25 jetzt gerade schon Was? Ne, 10 ich jetzt glaube ich durch 5 Alter, das ist ja mal, hier sind wir mal mega schnell Also du bist noch ein bisschen schneller als ich Echt mega mega schnell, ne? Aber es ist trotzdem mega schnell Obwohl wir so dick sind, weil die ganzen Donuts mir die Energie geben Ha Ich sehe auch gerade, warte mal, das glaube ich jetzt nicht, oder? Warum? Was denn? Ey, kann man nur einen ausrüsten, ja, ne? Nein, man kann mehrere ausrüsten 3 Stück oder so, ja, klar Oh mein Gott, ich hatte den gar nicht ausgerüstet Oder? Ja, man kann mehrere ausrüsten Hast du dich ausgerüstet? Ah, ich hatte den leider nicht ausgerüstet Ey, man kann doch immer 3 auswählen Verdammt ey Egal, für die nächste Runde werde ich dich abziehen Dann bin ich schneller als du Du sagst, du wirst mich die nächste Runde abziehen? Nein Ich sag 50 Euro, dass ich die nächste Runde schneller bin als du 50 Euro sagst du 50 Euro Ja, dann hab ich ja Alter, es ist voll breit jetzt hier gerade, wo ich bin, ne? Ey, ich bin so schnell und so fett Ich bin jetzt gerade mal bei 500 gleich Ja, du gerade erstmal Ich bin jetzt schon gleich bei 1000 oder so Jetzt bin ich jetzt bei 100? Hä, was soll das denn? Aber man kriegt nur 11 Wins, das ist ja voll wenig Ich würde gerne mal auf 100.000 kommen Ich frag mich halt, genau Was passiert, wenn wir halt am Ende so bei 100.000 landen? Also, ich frag mich auch, wie soll man das schaffen? Weil guck mal, du bist auch, Chef, du bist schon ziemlich schnell Ja Du bist jetzt gerade mal bei 5000, ne? Ja, aber wir haben uns ja gerade auch erstmal nur so Ich hab ja gerade zwei Haustiere nur gekauft Ja, ja, stimmt Oh mein Gott, wo bin ich denn jetzt? Und das waren ja nicht mal rare Sachen Aber was sind die Melonen, die man hier kaufen kann? Ich kann mir jetzt hier Ich kann mir einen neuen Charakter kaufen Ah, lol Was? Ach, was Ich werd jetzt einfach zu Zu einer Melone Genau, ich kaufe jetzt einen Skin Zu einer Melone, Alter Ich bin jetzt ein Melonskin Oha Nicht schlecht, nicht schlecht Ja, sehr gut Ich glaub, wir sind jetzt gleich gut Das schaffen wir nicht mehr, 5000 Nein Kann ich den ausrüsten jetzt auch noch hier? Nein Okay, jetzt schnell kaufen, jetzt schnell kaufen Guck, ich bin Melone jetzt Okay, was kaufen wir uns jetzt hier? Äh, ich seh dich, ich seh dich Ich hol mir jetzt für 1000 hab ich mir geholt Ich kauf mir, warte mal Nein, nochmal einen Gelee-Donut Hast du willkommen? Oh, Gelee-Donut Guck mal, ich öffne jetzt hier einen krassen Komm schon Was klicke ich? 15 Sekunden noch, 15 Sekunden noch Waaam Selten Nein, was? Sehr gut Hey, unfair Ausrüsten Alter, ich hab jetzt gerade 22,000 Selten Schokodonut Ey, Süßigkeitenlandesfall 2 Oh, wir können sogar Pro Eggs, ne? 70.000 pro Ei Bist du ready? Bist du ready? Wir hätten schon klicken sollen Oh mein Gott, ich klicke dir ein Melmesser mit zwei Fingern Hey, ich klicke nur plus 10 Ich klicke plus 30 Hahahaha Hä, warum krieg ich nur plus 10? Ich glaube, es gibt welche, die geben dir also einen Boost grundsätzlich Und es gibt welche, die geben dir multipliere Aber eben hab ich plus 50 bekommen Egal, ich bin trotzdem schnell Bam Es geht los Woaaah Oh mein Gott Jo Wie schnell bist du? Wie schnell bist du? Ich bin 22,000 geschehe Ich bin Erster Was? Ich bin 200,000 Du bist ja übelst schnell Ich bin extrem schnell Du bist ja übelst schnell, Alter Wie schnell bist du? Ja ich mach ja unendlich für die Siege jetzt Was kann man sich noch kaufen im Shop? Ich sehe, man kann hier so fast open machen Oder auch drei auf einmal Ich glaube Autoklicken kann auch natürlich interessant sein Aber es kommt mir nur alles noch nicht Ich werde jetzt einfach ganz kurz hier vorne hinlaufen Weil vielleicht erreiche ich gleich schon 100.000er Level Boah, das wäre krass Also ich würde mich freuen, wenn ich schon mal so 25.000 klappen würde Oh mein Gott, ich bin jetzt in so einer neuen Dimension Wo bin ich denn jetzt hier? Bitteschön Ey, wir sind schon so schnell, ne? Ja, ja, ich meine, guck mal wo ich jetzt gerade bin Ey, wenn ich jetzt 100.000 schaffe, das wäre zu krass Das wäre zufällig, wenn du das jetzt schon direkt schaffst Das wäre zu krass 1 Minute 6 Zeit Das wäre echt interessant Könntest du, das könntest du packen, glaube ich, oder? Ja, doch Eigentlich schon Kommt drauf an, wie schnell ich gleich Diesen Move mache bei 100.000 Oh Gott, jetzt habe ich hier direkt wieder 45 Siege bekommen auf einmal Alter, Alter, Alter Ich sage dir, das steigt und steigt hier Mit Geschwindigkeit hier und ganz viel Power Wow Oh mein Höf, wo bin ich jetzt, Leute? Oh, jetzt bin ich wieder woanders Ja, was ist denn, wenn man das quasi so neue Ebene oder so? Ah, in der neuen Welt oder so? Oh mein Gott Ich glaube, ich könnte es schaffen Hä? Ich glaube, ich könnte es schaffen oder so Ich gucke mal, wie du mich noch überholst hier Ja, ich überhole dich sogar Alter Wir haben noch 30 Sekunden Zeit Also, das schaffen wir auf jeden Fall Ja, komm schon Was? Sprintet durch Du dicke Melone Als wenn du es direkt schaffst Du dicke Melone Ey, aber ich würde fast, ich würde sagen Lass uns doch versuchen, noch schneller zu werden Ja, normal Ich würde auf jeden Fall noch so richtig krasse Tiere holen Ich kaufe jetzt auch ganz kurz mal Für 1.300 Robux Was? Kaufe ich jetzt mal so 50.000 Wins Hast die da wohl nicht mehr alle, oder was? Ja, ich bin Komm schon, wenigstens 25.000 25.000 Ich bin verrückt Du schaffst es nicht Wie, ich schaff es nicht Oder schaffst du es? Du schaffst es gerade so? Gerade so? Ne, oder? Ich habe es doch nicht geschafft Ich habe es doch nicht geschafft Ich war irgendwo anders Okay, noch nicht Oh, öffnen, öffnen, öffnen Und Gönn was krasses Gewöhnlich Oh nein Komm schon Gönn, 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 gönn Selten Und Sehr gut Bam Auch wieder gewöhnlich Das kann doch nicht sein, Alter Ausrüsten Aber ich kann jetzt hier richtig ausrüsten Jetzt hier glaube ich, ne? Das heißt Okay Ich bin bereit zu klicken Ich bin bereit zu klicken Es geht los, es geht los Und ausrüsten Hey, jetzt kriege ich nur plus 12 Was soll das denn? Warte, was? Oh Gott Warte, ich muss dir Verdammt Ich muss die anderen ganz was ablegen Ausrüsten Und ausrüsten Du musst klicken Ja, ich klicke doch jetzt schon Ich kriege plus 77 Oha Was, ich kriege nur plus 12 Was soll das denn? Ich hätte gerade mehr klicken sollen Ich bin jetzt gerade bei 33.000 Geschwindigkeit Jetzt gerade Ey, ich bin genauso schnell wie eben Die Runde davor noch langsamer sogar Bam Oh mein Gott Alter, wie schnell bist du? Ich bin die schnellste Belohnung Auf der ganzen Welt Jungen, du bist ja richtig schnell Alter, das ist richtig crazy, ne? Komm schon mit ganz viel Geschwindigkeit Die Superbelohnung Ich überhole hier sogar noch einen Ich bin jetzt hier gerade mitten in der Mitte Ich bin so umgeben von so Burgern Oh Gott Alter, du bist so schnell Ich schaffst ja easy Ich bin jetzt schon bei 10.000 Guck dir, wie schnell du durchrennst da Ich renne durch bis zum Gehtnichtmehr jetzt hier gerade Alter, Alter Du überholst mich ja sogar noch mal hier Da haben wir alles mal zwei Und dadurch Was? Du musst mir halt auch weiterkommen Das ist ja gerade ja nur der Anfang jetzt hier Das ist gerade voll Ja, safe, safe Ich bin gespannt, was am Ende der 100.000 sein wird Ich bin auch jetzt gerade gespannt Also eben war ich ja gerade Ich hatte nicht Zeit, um hinzugucken Und jetzt bin ich schon auf der 100.000er Ziellinie Alter, guck mal wie du das überholst Alter, du bist so schnell unterwegs Ich bin hier mit ganz, ganz viel Geschwindigkeit gerade dabei Alter, ich bin gerade so schnell Alter, ich würde mir gerne noch irgendeinen Boost holen Also gibt es da nicht sowas? Boost? Ja, also man kann sich doch Kann man sich schon holen Man kann im Shop Doppelte Geschwindigkeit Doppelte Doppelte Oder doppelte Glück, genau Komm schon jetzt hier Und Und 100.000 Neue Ebene Wow Wo bin ich? Ich bin mitten im Nirgendwo Hä? Wie hoch bist du? Wo bist du? Wieder vom Fallen Hä? Oh mein Gott, als wenn du mich nochmal überholst Stell das mal vor Ich muss nochmal überholen Alter, das wäre krank Ich war ganz kurz mitten im Nirgendwo Einfach mitten in der Luft Alter, okay Also fängst du wieder von vorne an Ich überhole dich jetzt noch Das schaffst du nicht Das schaffst du nicht Doch, pass auf Sie genau werden Das schaffst du nicht Oh mein Gott Das könntest du echt schaffen Das wird knapp Das könnte jetzt echt lustig werden Aber nee, das werde ich nicht schaffen Ne, das schaffst du nicht Das schaffst du nicht Das schaffe ich nicht Oder 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 Oh Oh Aber den anderen noch Den anderen noch Oh mein Gott, nein Oh Oh Überholt noch Oh nee, ganz knapp Ey, guck mal Lass mal hier in die Süßigkeiten Okay, okay Wo ist die hier? Süßigkeiten Aber man braucht zwei Rebirths Nein Das wusste ich gar nicht Ey, hier ist ein Pro-Ex Für 70.000 Pro-Ex? Alter, man kann sie auch Was glaubst du, was da drin ist? Ich kaufe mir jetzt hier Ganz kurz des Dingens So ein Hamburger Ich kaufe mir jetzt hier Das kriege ich Selten Sehr gut Nicht schlecht Ich kaufe mir hier für 200 Also ich kann jetzt den kleinen Aus, äh, abrüsten Und zack Und jetzt Gewöhnlich Klick und dein Leben Ey, ich kriege plus 1 jetzt Was ist denn das? Es wird immer weniger jede Runde Plus 1? Hä, Bro? Ich habe alles aktiviert Wieso kriege ich nur plus 1? Was? Das kann ja gar nicht sein Nein, ich werde hier veräppelt oder so Plus 1 ist ja viel zu wenig Aber manchmal kriege ich die ganze plus 63 Und Ba, 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 ba Ich habe 36.000 Geschwindigkeit, ne? Ey, ich brauche mehr Pets Ich will mehr Pets haben Bam Ich habe gerade mal 10.000 Immer weniger Aber wie kann man Oh mein Gott Man kann sich bei 50.000 Wins Kann man sich reberfen, ne? Man braucht doch ewig Bis man die bekommt Wie soll man die denn sonst bekommen? Wie oft sollst du das bitte laufen Damit du mal 50.000 Wins bekommst? Jaja, das dauert ja Ewigkeiten Ich brauche der Übelst Ich bin hier auf jeden Fall Jetzt noch langsam Ich bin jetzt jede Runde Bin ich hier langsamer geworden Von 12.000 auf 11.000 Von 11.000 auf Pro, auf einmal ich Auf einmal ich kriege Ja, ich habe mir ja gekauft Auf einmal kriege ich statt 21 Boost Nur noch einen Boost Was soll denn das denn? Dachte ich mir Aber guck mal, pass auf Ich werde jetzt nämlich Überrunden, Kaspar Und wie du es schaffst Hast du einfach komplett verloren, ne? Das kennst du schaffen Das kennst du schaffen Ey, ohne Spaß Das könnte jetzt so cool werden Ich bin jetzt hier gerade Oh mein Gott Lauf! Oh mein Gott Ich bin die dickste Melone Die dickste Melone Die ganze Roblox Bitte, ich will das jetzt schaffen Das schaffst du niemals Nicht mit mir, Kollege Ich weiß, dass ich das Ich habe Du, aber immer Und hast du es geschafft Dann kannst du mir wenigstens sagen Was da ist Ja, okay, hast du schon recht Aber guck, ich gehe jetzt ja Aber du wirst es auf gar keinen Fall schaffen Mich zu überrunden Natürlich Niemals im Leben Niemals im Leben Okay, du sagst niemals im Leben Ja, ich werde jetzt nämlich überrunden Easy peasy Also wirklich Das ist ja so eine Lüge Wenn du das wirklich glaubst Ja Das schaffst du Bro, das schaffst du niemals Ja, guck mal unten Oh nein Oh nein Lauf! Lauf! Lauf, lieber schneller, wenn ich du wäre Oh Gott Ich komme jetzt nämlich gerade Ich habe schon den Pepsi-Typen jetzt überholt Zack Oh nein Oh nein Oh Kasper 20 Sekunden, das könnte ich schaffen Das könnte ich schaffen Oh Kasper Das wird auf jeden Fall nichts Oh mein Gott, nein Du wirst jetzt dieses andere überrundet Oh mein Gott, das krasse ist halt Wenn du dich überrundet Nein Spiel deinstalliert Kasper Nein Oh je 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 Ich habe dich gesehen Ich habe so eine richtig krasse Medaille jetzt gerade bekommen Alter Was Verdammt ey Und der Timer hier läuft ab Und du musst jetzt einfach dein Spiel deinstallieren Ja Mann ey Das war's gewesen meine Freunde Wenn ihr von da mehr sehen möchtet Das ist ein Like und ein Abo da Schreibt mir einfach hier das Video aus Leute einfach draufklicken Haut rein bis morgen Ciao ciao